so guck mal ich guck noch mal durch also ich finde diese autogun gar nicht schlecht aber irgendwie zu wenig munition finde ich oh ein flammenwerfer ne gibt es auch nichts besseres ich bleib dabei was ist das denn tesla sentry coil keine ahnung einfach mal ausprobieren so eine art sentry turret mit könnte nützlich sein ok los geht's ich habe gerade noch davon gesprochen ok ich nehme den flammenwerfer 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 ok was müssen wir hier so nester ausheben oder was ist das was was ist das denn mich hat allein gesprungen ich werde jetzt die ganze zeit geschlagen ich bin tot ok du bist tot ok ja gammel hä was was naja ok eigentlich muss man mitfist wahrscheinlich was das ist so das ist ja aber wir stehen noch in so einem heilkreis ich versteh es nicht ja du hast dann so einen viech auf dir ja alter schwed überleben ja so ein feld scheint nicht zu reichen irgendwie krass für die start ja so wir sollten hier die call aufstellen und es einfach mal zurücklehnen ach so 3 insgesamt das probieren wir noch mal das geht besser schlechter kz so dann nehme ich mal so ein personal healing kit mit flammenwerfer vielleicht dafür brauchen wir wahrscheinlich die flammenwerfer um diese neste auszuräuchern aber ich habe nicht wirklich was gesehen was ich hätte ausräuchern können so Sensors show a massive buildup of eggs and biomass in this sector. Make yourselves a little room to work. Clear out the infestation. Burn them if you have to, but be advised. A destroyed biomass calls before. Oh, geht's nicht weiter. Okay, Squad. Moisture is dripping off those walls. Looks like an ideal breeding ground for small parasites. Medics stay on your toes. I don't want to lose a Marine to infestation. Wow, diese komischen Maten da. Ach, da ist das Nest. Okay, das war's Erste. Hmm. Hmm. Okay. war scheiße ich bin in infestationiert okay das perfekt dankeschön okay wir müssen irgendwie weiter glaube ich hier ja toll brauchen wir ein feuerlöscher oder was hier ist munition um Was ist das? scheiße ich bräuchte mal medic oder nicht mehr hat sich erledigt sind aber auch fies die viecher oh man gar nicht so einfach